auch ein Laubfall aber wenn es mit jemandem schreckt der Grundschwein war so ich glaube ich hab das Punkt jetzt kommt man nicht kommt der Mannschaft er kommt uns vor ich konnte nicht gehen nun gewappt das kackt auf mich aber auch da ich bin in A AAAAAAAH! AAAAAAAH! Ich bin im Ding. Hilfe! Hilfe! Ich werde zerberstet! Aua! 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 Ich werde zerberstet! Ich werde zerberstet! Aua! Ich werde zerberstet! Da! 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 Ich werde zerberstet! Du nimmst 49 Weizen mit! Nein, gib mal zwei in Kreis Fackeln! Dann hab ich auch nen Stick! Aua! Oh, scheiße! Ich wollte das zu dir hinwerfen! Ich hab so weit nach oben rechts geklickt! Deswegen hab ich auf das Connect geklickt! Hm! Was brauche ich jetzt eigentlich? Ich hab's doch nur mit Glasdingen mit! Hm! Dann hab ich mir wieder da! Ne Angel nimmt er mit! Ne Angel! Ich schwör! Ich sag noch, mach volle Taschen leer, Alter! Hier, Bücher! Die will ich auch haben! Die will ich auch haben! Jetzt kommt man mit! Muss ich wieder einstylen, warte! Ich weiß gar nicht, aber ich weiß nicht, wo's langgeht! Nur beim Gast lang weiß ich das! Ja, wo ist jetzt der... Kommt! Komm raus! Ja, ich hab so was für meine Schuhe! Naja, egal! Ja, die liegen da noch irgendwo! Nö! Es legt! Wo müssen wir jetzt lang? Komm! Ja, wo denn? Raus! Was? Ja, wie denn? Bin ich schon! Ja, siehst du mich dann! Wo bist du denn? Ich seh dich nicht! Hier, nur mal! Ach, wo bist du? Du warst doch gerade da! Wo denn? Ich bin beim Eingang zur Burg! Du musst rausgehen! Ja, und dann? Raus! Da, da springen nicht! Ja, hier! Du musst dich! Ah, ja, ja! Ich schieße gleich den Schafall auf dich! Puh! Jetzt komm! Hey, warte! Ich muss diesen lahmen Sand gehen hier! Ach, du bist schon da! Warte mal, das ist ein Slime! Ja, unwichtig! Erst mal deine Sachen holen! Was für Sachen holen? Da sind... Da sind doch richtig viele Sachen! Das ist noch Diamantschwert! Einfach nicht! Ich hab doch! Ich hab das gar nicht mitgenommen! Doch! Nein! Ich hab jetzt mit! Guck doch! Da ist aber noch eins! Hm! Da kann sich gut runtergraben! Da liegen noch ein paar Sachen! Darunter springen! Ich hab genug kapriert! Da liegt aber nichts mehr! Das bitte! Dann, guck mal! Ich hab's gehört! Du wirst doch mal! Ich hab's gehört! Da ist doch nicht, Alter! es ist nicht mehr nein und wo ist mein fisch her ja der lag da noch er ist bestimmt ins feuer gefallen nein der lag da noch ja dann suchen wir jetzt den blaze Born Air ja komm mit soll ich fackeln setzen ja ich hör die Dinger schon sind sie da die sind hier bestimmt irgendwo hallo Area Clear Sector Clear Roger ich hör dich hier ich hör dich hier also hier nicht da ich hör die doch Alter auch die sind da Ulo da hat auch durch brennen ich bin tot auch ein du bist nicht tot ja doch ne doch nicht ein hab ein Leben hab ich noch gut dass mich dran erinnerst aber auch essen man nicht auch essen unbedingt Eltern ich hab noch ein Brot mal da mach ich einen Crafty-Cable One Bro, ja mach mir auch mal welche du hast ja genug Weizen mit ich bin doch schlau ne eiskalt ne dann kriegst du jetzt so kein Brot doch ne wette ja sag mal jetzt wo wir lang müssen ich sag das nicht vorne wo bist du denn hin hier hinter dir hallo kannst du auch mal aufpassen ah hier kriegst du kein Brot ne ich höre denn hier schau denn Pisa hier nimm mal die Pilze mit ne 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 die ne 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 n ne 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 ja ne 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 Bonn und ich war schon mal in einer da waren so drei Stück Koffer hey Junge da müssen wir einfach einen Blaze-Borner finden hier ist auf jeden Fall einer ich will die ganze blaze ach guck mal hier sind wir runtergefallen guck mal hinter mir hier sind wir runtergefallen sie sind über und die Schweden über uns da sind die ich spüre bist du da? Ja. Ja? Ja. Ich hab noch Soundgaming also da ist zumindest einer aber in Sporn sehe ich immer noch nicht was ich mir auch gegraben ich komme ich will können doch auch hier reichlich ist ein Bonnader ja komm schnell es brennt ich komm jetzt mit dem Buch ja hier sind ganz viele Bläden 10 Uhr 2 dann doch noch einer es sind also ein pfp mit fein und bumm so mehr sicherlich da ist locker vorne es kommt einfach Stolzung Kommission Stolzung hat sich da ganz normal gut hier lang ich komme noch mehr es gibt zwei Malte der macht nicht ab da kann man so leicht kühlen noch mal so doch von kleiner ich bin laut hoch und um die wach die jahr gewählt auch mann naja sie hören nicht schön nicht um weißt du wenn man sich in die Decke der Netz von Netzergräber, was passiert dann? Ich war schon mal ganz oben Ja Da ist dann nichts mehr, ist dann so Weltende, weißt? So wie in der normalen Welt halt unten Bist du Junge Einfach Treppe runtergegangen Ach so Pass doch einfach auf Sag doch einfach was 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 Sag doch auch noch runter Bei der Lava wieder wo wir uns hochgegraben haben oder was Was zum Lava? Da wo wir uns hochgegraben haben Ich bin in die normalen Treppe wo wir grad stand hochgegangen Ach hoch Ich dachte runter Runter Ich hab grad irgendwie Lust zu sterben Mit dem Diamantschwert für den Lava-Jumpen Ich will hier wieder raus Mama Hauptsache der gräbt sich hier hoch An der Lava Ja Du doch auch Ja ne bei mir war doch so schräg Weißt Ja und? Ich kanns halt Da Ende Kommt die bei ne Fackel hin Das ist umweltfreundlicher Das ist umweltfreundlicher Komm ich helf dir Hau Junge hör auf Junge hör auf Ich soll jetzt auch mal nicht rein Das war ich vertreten Ja aber du mh Du musst mal übertreiben Wo bist du nur hin? Ich untertreibe Wo bist du nur hin? Alter Ich hab's schon wieder verloren da oben Hallo Hey Le 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 g elek Warte Pippen jetzt gut da unten auch schon ein Bucket das Alter dann denkt das nicht mehr kann aber die Map kopieren die ist da noch drauf ne wir fangen neu an Scheiße Alter 2 Blades ja ich brenne 4 Cool Boy ich kann brennen du hast mich gerade geschlagen ja 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 ich hab noch nicht ich dachte so die Schüsse gehen durch Schüsse voll ganz ehrlich die regen mich auf das noch mehr Blades hier ist doch irgendwo das ist vorne das ist vorne und scheiß ich bin jetzt tot Leute warte mal ich komm sofort wieder ja genau gerade jetzt lässt du mich im Stich komm doch gleich wieder ja jetzt hol mal meine Sachen ja oder hast du Angst Nö sofort warte mal Gott lesen 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 boah ja damit ich keine Sachen mehr ne 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 Leo sie die 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 heute auf ich habe er er verarscht mich doch weiter verarscht mich doch weiter ich verstehe ja kann sich mal irgendwie so und so ein Treppe da wo die Bläser ist ja so ein Treppe Junge da hat nicht so viele Bläser da ist ja eine Treppe ne ja ja und da mal äh Treppe runter dann außer Wandrahmen da sind direkt meine Sachen ich hab ein halbes Herz ja und dann ist was und findet die kritisiert sich in der Ball wir haben wir haben wir haben wir haben wir auch schon unterwegs bin ich da auch scheiße das Blatt was wird überhaupt mit dem Spawner macht er kaputt machen ach hallo was wird es wieder nur vier Bläser keine Bläser fahren die geben diese komischen Leuchtstil für Tränke da hast du rei hi oh ich wollte dich grad schlagen geh mal weg ach du scheiße wo bin ich gestorben weiß ich nicht da hinten irgendwo da hinten ah ich renn grad raus hm ist hier so ein Blaze drin wir hätten nicht nach Blaze-Bord ansuchen sollen ganz ehrlich ich brauche eine Spitzsacke und komm zu mir ganz ehrlich ich bin noch nicht tot ich hab ein Herz ein Herz geh weg ich hab mir schon Brot ja jetzt wird alles kalte kriegst du aber nicht ha 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 hast du noch ein Brot? ja ich brauche eins nö, nö, du musst teuer gib mir eine Spitzsacke ich hab keine hat zwei Blöcke ich hab meine eigene na gut, ich hab ja alles was ich brauche dann mal wieder ich brauche nur eine Spitzsacke um ein Nee zwei Blöcke wegzumachen um meine Sachen wieder zu holen ja warte ich regle das hm die drinnen zu lang was hm ich hab keine ich hab keine Steinmeer hm da ich bin doch nicht so m z dann kann man das nicht kaputt machen oder ich habe kaputt damit wir ungeschüttet sind warum wollten wir uns mal auf den Weg machen dann auch ein bisschen Action ich höre erst mal meine Sachen hallo Sachen Aua Aua Diamantschwert, 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 Diamantschaufel zu tun das is für mich so ich bin hier zu tun alle wir wir unsere das ist das ist Das war's.